Im Jahr 2023 kommen wir Streamer auf immer dümmere Ideen. Und nachdem ich 10 Stunden lang die Gommemode-Song gehört habe, muss was Neues her. Und da kam mir die Idee. Das längste Anstrahl einer Wand im Stream. Aktuell liegt der Rekord in Amerika bei 10 Stunden, vom Streamer-Messkip aufgestellt. Und ich denke mir nur, easy, das schaffe ich in 11 Stunden. Also setze ich mich hin und, naja, starte die Wand dann. Ich habe ein Stück in meinem Kopf. Aaaaaah! Und in den ersten Minuten ging es bereits los mit der kompletten Psychose. Ihr könnt mich halt mit einem verarschen. Ich weiß legit nicht, was abgeht. Britisches Territorium im Indischen Ozean. Ich sehe gerade das erste Mal, wie dreckig die Wand ist übrigens. Das ist ziemlich traurig. Danke! Was ist das? Das ist nicht euer Ernst. Also was auch immer da oben kommt, Leute, ich habe keine Verantwortung, ne? Ja, huu! Ja, ja! Nein, bitte nicht! Es war so lange keine Stille. Nein, das ist... Was macht die da? Nein! Nicht Sky Guy oder Forks oder wer auch immer. Also nochmal für alle, die es nicht wissen, ich habe hier recht. Im heutigen Video haben 100 Spiele 1 Speed 10 Parcours bestritten. Deswegen checkt auch gerne meinen Twitch-Kanal ab. Ja, die Polynom-Division mit Rest läuft euch über den Weg. Digga, ich... Also... Moin, Chat, was geht ab? Jan, du bist ein Boomer. Ganz ehrlich, ne? Du Retter. Ich würde sagen, jetzt viel Spaß mit dir. Was ist das? 200 Spieler und jeder hat nur diesen einen Block. Oh, das ist ein Walkout. Walkout, das weiß ich schon. Oh! Oh, so eine dicke Sternschnuppe. Komm. Oh! Oh! Ey! Messi gezogen! Wir haben einen Puff gefunden. Auf, op-sog. Nein, nicht so wieder. Gott, du bist der Beste! Verpiss dich, du Ansog. Schwupp, wupp. Kieb! Ich hab Hunger. Ich stream... Ja, jetzt ist gerade die Feuerwehr hier. Na super. Alle spielen gegen mich. Ey, und so langsam merke ich wirklich, wie kacke es mir geht. Setzt euch mal hin und macht nichts. Das ist so schlimm für meinen ADS, Alter. Ich kann nicht mal 5 Minuten sitzen und nix sagen. Ich muss die ganze Zeit labern oder irgendwas machen. Yo, Daniel Jung. So, in diesem Video sollt ihr die komplette Übersicht über... Ich hab's an den Schuhen gehört. ...de geschehen territorialen europäischen Ozean. ...und die Season 7 hat begonnen. Der Heim ist größer als wir zu... Mein Poppes tut weh, Chad. Er schmerzt so doll. Bitte kein Schlager. Nein, Udi-Faller. Man sieht's mir wirklich an langsam. Mir geht's echt kacke. Iiiiih. Maaam. Maaam. Sagt euch jetzt, jetzt sind die Mario, Mann. Iiiiih. ... ... ... ... Das war... Also, meine Ohren bluten legit. Ich schwitze. Mein Po tut weh. Mein Körper ist taub. Scheiße, ich hab Göni nicht gefüttert vom Stream. Boah, Leute, ich hab jetzt schon Haarendrang. Ich muss jetzt schon... Pipi. Irgendwas flüstert mir die ganze Zeit zu. Gib auf, gib auf. Auf der anderen Schulter sitzt der andere Engel. Er sagt... Mach weiter, mach weiter. Damit ihr wisst, wie es mir geht. Ich hab Gänsehaut an meinem Rücken. Und ich weiß nicht, woher diese kommt. Hier, das wird dich sicherlich beruhigen. Und wird dir gegen deine Blase helfen. Kuss. Fabian. Maaann. Der Drang auf Toilette zu gehen, war so groß. Deshalb hab ich die ganze Zeit versucht, so wenig wie es geht zu trinken. Damit ich eben nicht aufs Klo muss. Ich hab Angst, dass ich Kopfhörz blicke, dass ich tief zu stehen werde. Ich hab Stimme in meinem Kopf. Ah. Ist das von jetzt gerade? Hallo? Hallo? Herr Minister, Brian? Ja, ja. Hallo? Okay. Hä? Hallo? Hä? Hallo? Ja, okay. Digga, jetzt weiß ich nicht mehr, was abgeht. Ihr könnt mich halt mit allem verarschen. Ich weiß legit nicht, was abgeht. Digga, ist jetzt die Psychose vorbei? Er fragt, lutscht du gerne Cox? Digga, meine eigene Stimme geht mir mittlerweile auf den Sack. Ich hör nichts anderes mehr. Keine Sorge, ich würde dich immer erschrecken. Oh mein Gott, Digga, wieso war das so laut? Bro, ich muss so aufs Klo. Nein. Bitte nein. 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 Was? Warum ist jetzt mein eigener... Warum hör ich mich? Nein, nicht schon wieder. Hallo? Herr Minister, Brian? Ja, ja. Hallo? Hä? Hä? Hallo? Bro, ich weiß nicht mehr. In dieser Videoreihe habe ich mir vorgenommen, super seltene und extreme Monster zu finden. Und so langsam breitet sich der Gedanke darüber aus, dass das nicht ein Fehler war. Leute, ich muss aufs Klo. Hört auf. Hier ist erste Deutsche Fernseher mit der Tagesschau. Hahahaha. Noch, Digga. Oh mein... Chat, ihr seid so asozial. Rechts ist das Fenster, da kann man klopfen. Hahahaha. Das ist die Tröte, dass du liken musst. Deswegen like doch jetzt einfach das Video, verdammte Kacke, Mann. Du hast doch bis hierhin geguckt. Also like doch. Gib den Daumen nach oben. Viel Spaß. Thüringer Klöße, die mag ich sehr. Digga, wirklich Psychose, aber auch guter Song. Ich bin alleine, ich bin einsam gerade. Mir fehlt soziale Interaktion. Stellt euch vor, ihr habt eine Matrix. Mann, ich muss sowas klo. Wanda, willst du meine Frau werden? Hier, ein Ring. Ja, ich will. Sie dürfen ihre Brauten nun küssen. Hä? Digga, was ist das? Chat, sieht man dieses X hier? Nein. Nein. Nicht schon wieder. Nein. Bitte nein. 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 Nicht schon wieder. Ich höre mich jetzt das fünfte Waldhoppist. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder, ey. Es werden immer mehr. Ich habe schon immer am Kopf. Ah! Ah! Du hast hinten am T-Shirt ein Lockkart bei Minis 9. Hallo? Nein, bitte. Nein, Daniel Jung. Keine Grund, warum ich lange nichts mehr zu quadratischen Gleichungen. Ja, ja, was da los? Ja, hier ist wieder der Baby. Die Unverwärmende von Dich. Bade ist zurückgetrennt. Ja, Freunde, willkommen zu einem etwas anderen Video. Heute nicht von meinem Setup. Ich sage ehrlich, ich kann dieses Thema nicht mehr hören. Oh mein Gott! Ich dachte ohne Witz jetzt, Feueralarm. So, willkommen bei diesem Commentary von meiner 18 Minuten 58 Zeit, die schneller als die von Tjanus. Nein, nein! Und dafür hat Erik wirklich 40 Euro gebeten. Wir sind jetzt ungefähr bei der Halbzeit angekommen und ich sage euch, wirklich an diesem Punkt wollte ich aufgeben. Ja, also so Kopfschmerzen 6 aus 10, würde ich sagen. Daniel Jung! Ja, das Horner Schema als Alternative zur Polynom-Division, um Nullstellen zu bestimmen. Ihr macht mich fertig mit Daniel Jung. In dieser Minecraft Challenge habe ich 10 kleine Kinder entführt und die in meinem Keller eingesperrt. Außerdem hat Tjan einen kleinen Penis-Omelulf XD. Was? Und da weiß ich nicht. Mama? Mama? Mama! In diesem Moment wollte ich einfach aufgeben. Ich wollte einfach aufgeben, mich umdrehen, in die Kamera schauen und sagen, Leute, das war's. Aber nein! Mein Kampfgeist hat nicht aufgegeben. Ich habe weitergekämpft. Oh mein Gott, Digga! Ist das T-Shirt nicht neu? Nein! Oh mein... Doch! Digga! Weiter höher, weiter höher. Mach noch mal, wie gerade irgend. Weiter höher. Na, das ist so eine Stelle, wo du nicht rankommst. Ist das krass. Nein! Ich habe kein Loch da. Bro! Nein, ich habe kein Loch. Na! Vom Ding her kann ich auf die Band gucken. Oh mein Gott! Hätte ich so? Digga, das ist gerade so angenehm. Also an dem Punkt ist es ein Fiebertraum. Nein, aber... Warte, ganz kurz. Aber die 50 Euro wurden jetzt nicht in diesen Song investiert. Oh mein Gott! Dann läuft das jetzt fast eine Stunde, oder? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es ist so angenehm. Nein! Nein, Dudelsack! Nein! Aber jetzt erst mal Dua Lipa. Jetzt mal alle die Schnauze halten. Jetzt geht's los, Alter. Yo, yo, yo. Panty Stone hier. Kurz einmal. Was? Tja, haben wir die Glott gehegt. Tja, haben wir die Glott gehegt. Tja, haben wir die Glott gehegt. Oh! Nein! Tja, ich habe meht. Nein! Ich dachte, es kommt Dua Lipa. Los, lass uns bumsen. Ich bin so geil. Oh mein Gott! Digga, das war der größte Gebete, der jemals durchgeführt wurde an mir. Du hast in 30 Sekunden die 10 Stunden geschafft. Das heißt, in weniger als einer Minute habe ich den Rekord von Missgif gebrochen. Ja, 10 Stunden. Jetzt. Missgif! I beat you! Sit down! Nur noch eine Stunde. Ich fühle mich wie ein Gewinner. Ich habe Missgif besiegt. Und jetzt tue ich 11 Stunden machen insgesamt. 10, 9, 8, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Hab ich's! GG! Kann ich weggucken? Ja! Kannst du! Und nach 11 Stunden haben wir es geschafft. Missgif! Sit down! Digga, oh mein Gott! Alter, ist das komisch. Oh! Ich hab's. Ich hab's. Ey, es ist so weird. Ich stehe gerade das erste Mal auch. Ich bin... Oh mein Gott. Oh! Oh! Ich eckte nicht. Das ist das schlimmste Gefühl, was ich haben könnte gerade. Was ist? Wann ist hier weiß? Ich schwöre, ich hab nicht abgesagtet vorhin. Und das geht raus an alle Streamer da draußen, die das Video hier sehen. Ich fordere euch heraus, diesen Rekord zu brechen. Taggt mich und ich sehe, ob ich euch besiegen kann. Also Freunde, ich werde nun aufstehen und zur Toilette rennen. Ich renne, ich renne, ich renne. Oh mein Gott. Ah, ich verlinke. Ich bin in eine Flasche.